willkommen zum börsencocktail der finanz und wirtschaft mein name ist sylvia walter ich bin redaktorin im ressort märkte der f&w heute werden wir schwergewichtig das thema china behandeln sie werden im laufe des videos erfahren ob und wie sie in china investieren sollten einigen der lesern und zuschauern ist vielleicht schon aufgefallen die f&w ist nun auch im reich der mitte vertreten unser auslandskorrespondent in shanghai alexander trentin ist zurzeit in zürich und heute mit mir im studio anwesend hallo alex hallo freut uns sehr ja ich freue mich auch hier zu sein erzähl mal alex welche ersten eindrücke bringst du uns denn mit aus dem reich der mitte ja also ich war jetzt auf der automesse in shanghai zum beispiel und was mir dort aufgefallen ist dass wirklich die chinesischen marken den ausländischen den rang ablaufen also man sieht die chinesischen konsumenten nicht nur im automarkt sondern auch zum beispiel im konsummarkt bei den konsumprodukten sieht man dass man nicht mehr den chinesischen marken misstraut dass man nicht mehr denkt die chinesischen marken sind qualitativ schlechter als die ausländischen sondern es geht darum ist die marke wirklich wird sie mir empfohlen hat sie einen guten namen spricht sie mich an und da sind die chinesischen marken wirklich auch passen sich dem markt besser an als die ausländischen muss man so sagen also ganz neues selbstbewusstsein dann auch in china aber nicht unbedingt gute neuigkeiten für die exporteure in europa wahrscheinlich wirst du wahrscheinlich unterschreiben ja das würde ich unterschreiben ja leckst die westlichen länder und die finanzmärkte sind immer noch daran zu wehrweisen ob sich die bankenkrise die in den usa ja sehr ausgeprägt ist nicht doch noch in eine finanzkrise auswachsen könnte wir werden heute nachmittag mittwoch die neuesten inflationsdaten aus den usa bekommen die können immer ein treiber sein auch für die zinserwartung ganz wichtig natürlich auch für die marktbewegungen wie nimmt man das denn in china war gibt es da auch eine bedenken dass sich eine bankenkrise auch nach china ausbreiten könnte wie siehst du die situation an den globalen finanzmärkten auch momentan also bei mir war das so ich bin im märz nach shanghai gekommen und kurz darauf ist eben die nachricht über die kanäle gegangen dass die credit suis von der ubs geschluckt werden wird und das hat natürlich in china auch zu großen schockwellen geführt dass anleger eben bemerkt haben ups im westen da passiert etwas da ist in den usa haben wir mehrere banken pleiten gesehen die von den analysten so nicht erwartet wurden die also wirklich sehr überraschend kamen und in china selber würde ich sagen da gibt es großes vertrauen eigentlich in die großbanken zumindest weil die sind nämlich vom staat eng kontrolliert die wir sind in staatseigentum und da wird eigentlich die regierung auch sofort einschreiten falls es dort irgendwelche krisengefahr gibt von daher würde ich sagen das chinesische finanzsystem ist abgekoppelt vom westlichen und dort wird so eine krise nicht stattfinden wie das im westen weitergeht wir haben gesehen die erwartungen wurden nicht erfüllt also dass die alle banken an die stresstests gehalten haben dass ihre aktiver auch höheren zinsen widerstehen würden sondern man hat gesehen anscheinend sind viele finanzinstitute anfälliger als man es eigentlich gedacht hat ja genau aber du hast auch gesagt das finanzsystem in china ist einigermaßen entkoppelt auch von dem westlichen finanzsystem das macht mir den anschein das gilt genauso für den konjunkturzyklus china hat sehr spät die sehr harschen cobit restriktionen aufgegeben und kämpft jetzt auch mit eigenen problemen ich denke gerade in das in der industrie haben wir gesehen dass da die aktivität eher wieder etwas abnimmt wenn man die einkaufsmanager indizes betrachtet welche gefahren siehst du da wo in welche richtung geht das ja also ich sehe diese entkopplung und ich sehe auch sogar dass innerhalb der konjunktur chinas die zyklen nicht gleich sind sondern wir sehen zum beispiel eben wie du erwähnt hast die industrie leidet eher die exportindustrie leitet man sieht zum beispiel den einkaufsmanager indizes das in dem umfrage basierte werte wie erwarten die unternehmen wie es weitergeht dass die industrie dort eher schrumpft dagegen im dienstleistungssektor sehen wir dass es sehr gut läuft also es bedeutet der konsum läuft die reisebranche erholt sich aber die industrie die steht immer noch unter druck und da würde ich sagen das ist anscheinend auch von der regierung so gewünscht also das bedeutet dass die regierung auch sagt wir wollen eigentlich gar nicht so hohes wachstum mehr so hohes industrie wachstum und der service und der konsum sind jetzt sozusagen die treibende kraft innerhalb des konjunkturzyklus ok lauert da noch eine weitere gefahr im horizont beziehungsweise die hat sich teilweise auch schon manifestiert weil die us-regierung doch eine abkopplungsstrategie von china fährt insofern als sie hochtechnologie unternehmen aber auch unternehmen die sich mit künstlicher intelligenz beispielsweise beschäftigen sehr stark unter druck setzen wie schätzt du da die lage ein wo schwillen da noch gewisse gefahren was muss man als anleger beachten in dieser situation in dieser geopolitisch brisanten situation nach wie vor das ist natürlich ein riesenproblem für die chinesische industrie also wir haben dort eben führende handyhersteller in china wir haben große tech konzerne die wirklich in der künstlichen intelligenz vorne dabei sein wollen wir nehmen zum beispiel das beispiel elektroautos da wollen die chinesischen hersteller ganz vorne dabei sein bei den selbstfahrenden autos dafür braucht es zum beispiel künstliche intelligenz dafür braucht es bestimmte chips und wenn da das angebot eingeschränkt wird dann ist das erstmal ein riesenproblem und das kann man noch nicht wegdiskutieren auf der anderen seite hat die regierung natürlich dieses problem erkannt und die unternehmen haben das problem erkannt das bedeutet die arbeiten schon seit jahren daran eigene lieferketten eigene zulieferer aufzubauen einen eigenen technologischen entwicklungszyklus hinzubekommen dass man eben international auch ganz führend dabei ist ob das gelingt ist die andere frage aber das sollten anleger im blick haben dass man eben auch wirklich hightech unternehmen china hat die ganz vorne mitspielen wollen und die sich eben auch von ausländischen zulieferern unabhängig machen wollen okay dann komme ich auch gleich mal auf die sektoren beispielsweise zu sprechen die in china opportunitäten bieten gerade bei aktien aber auch bei anleihen wie würdest du das einschätzen wo kann man sich da auch als schweizer investor aktuell positionieren wenn man langfristig investiert sein will dann würde ich sagen konsum und innovation sind eigentlich die schlagbegriffe die immer noch gelten und die eben auch von der regierung gefördert werden das bedeutet in china wenn man in china investiert muss man auf die politik schauen das gehört dazu man muss schauen was sind eigentlich die politischen prioritäten wo will die peking hin und da ist ganz klar die tech konzerne die großen online plattformen die konsum unternehmen das sind eigentlich die die ganz vorne dabei spielen ganz vorne mitspielen sollen und da das wird auch weiter gehen das sollten anleger also wirklich eine auswahl treffen von unternehmen die die bisher gezeigt haben dass sie innovativ sind und vorne dabei spielen können vorne mitspielen können bei den anleihen ist es jetzt so da hat sich auch diese entkopplung gezeigt dass es da diversifikationspotenzial gibt das bedeutet wenn man ein internationales anleihenportfolio hat und einen in ein land investieren kann das vom inflationszyklus und konjunkturzyklus vom zinszyklus anders läuft als der westen dann kann man bei den anleihen dieses streuungspotenzial wirklich am besten rausholen das bedeutet nicht dass man jetzt wirklich viel in chinesische anleihen investieren sollte aber es gibt eine gewisse streuung und es gibt dann auch eben einen gewissen schutz vor diesen verwerfungen die wir im westen gesehen haben okay also würdest du auch sagen die politik ist und bleibt ein ganz wichtiger treiber auch für die börsen in china was mir natürlich auch sagt dass man als f&w leser immer am ball bleiben sollte und deine artikel in unserer zeitung lesen sollte dann möchte ich aber auch wenn wir gerade über unsere zeitung lesen und ich rede jetzt über unsere heutige mittwochs ausgabe da hat unsere kollegin susanne toren einen artikel drin über indien das ist ja immer so bei den schwellenländern leichte konkurrenten manche plädieren dafür dass indien eigentlich der markt ist an dem man die opportunitäten jetzt noch so richtig fahren kann würdest du das unterschreiben diese demografische vorteil wiegt er wirklich so schwer oder würdest du dich trotzdem er an den chinesischen markt halten also indien darf man nicht unterschätzen also indien ist von der bevölkerung her das größte land der welt hat china überholt hat auch eine schnell wachsende mittelschicht hat also auch sehr schnell wachsenden konsumsektor hat ein text sektor also software zum beispiel servicedienstleistungen sind dort wirklich stark aufgestellt das problem ist dass der markt in indien also die kind die indischen aktien sind sehr hoch bewertet sind sehr teuer und es gibt sogar weniger aktien in indien die ich als ausländer direkt kaufen kann als es zum beispiel in china oder hongkong der fall ist also in hongkong habe ich viele chinesische unternehmen die dort kotiert sind die ich dann dort auch kaufen kann relativ einfach in indien gibt es auch kapital kontrollen das bedeutet ich muss dort auch auf titel ausweichen oder auf etf ausweichen die ich im westen direkt kaufen kann das ist ein problem und von bewertungen würde ich eben sagen dass sehr sehr viel schon eingepreist und jetzt ganz breit den indischen markt kaufen weil dort eben die bevölkerung wächst ich glaube die strategie geht nicht auf ok also dann höre ich bei dir immer noch so ein plädoyer eher für den chinesischen markt allein aus allein aus bewertungsgründen würde ich sagen der chinesische markt ist im moment attraktiv ja ein weiteres thema im reich der mitte dass die marktteilnehmer etwas beunruhigt hat vor einiger zeit war ja der immobilienmarkt in china große belastung auch für den gesamten finanzmarkt was hat sich da mittlerweile ergeben wie sind die entwicklungen im immobilienmarkt ist das problem jetzt gegessen also wenn man ein zwei jahre zurückdenkt dass mit dem kollaps von evergrand an immobilienentwickler der dann eben auch einen zahlungsausfall hingelegt hat da war wirklich die angst darf da dass es zu einer chinesischen finanzkrise kommt aus dem immobiliensektor heraus und dass die diese krise sogar international rüberschwappen kann auf andere länder die gefahr glaube ich besteht nicht mehr die regierung hat jetzt sehr viele maßnahmen eingeleitet um vorige restriktionen wieder aufzuheben also es wird wieder der immobilienmarkt angeschoben die stabilität steht im vordergrund immobilienentwickler bekommen kommen leichter wieder an liquidität das bedeutet es sollte weniger zahlungsausfälle geben aber es ist kein stimulus es ist nicht so dass man jetzt sagt die hauspreise die wohnungspreise sollen so schnell wachsen wie in der vergangenheit die priorität ist eher man will dieses krisenszenario verhindern man will verhindern dass das wachstum wirklich einbricht weil immobilien sind ein wichtiger wachstumstreiber sind ein wichtiger treiber des konsumentenvertrauens die lokalen regierungen als die provinzregierungen bekommen einen großteil ihrer mittel daraus dass sie land verkaufen dass sie land an die immobilienentwickler verkaufen das bedeutet es gibt da auch auswirkungen auf die staats auf den staatshaushalt auf die lokalen regierungen und das will man jetzt diese diese negativen auswirkungen will man verhindern gleichzeitig bedeutet dass es kaum kein großer wachstum impuls aus dem immobilienmarkt es kommt kein großer stimulus und das bedeutet auch eben dass die weltwirtschaft nicht mehr vom von china gerettet wird also dass es da keinen großen internationalen impuls gibt wie das zum beispiel in der finanzkrise der fall war wo ja riesige stimulus um ausgegeben wurden und das passiert nicht man weiß ja auch dass der regierung in peking diese vormachtstellung des dollars im weltwährungsmarkt ein dorn im auge ist ich selbst habe auch vor kurzem darüber geschrieben wie würdest du da die neuesten entwicklung einschätzen wir wissen auch dass gewisse notenbanken gerade in den schwellenländern da ist auch brasilien dabei sehr viel goldreserven aufbauen und dafür dollar verkaufen wo geht da die reise hin ja also was ich in china bemerkt habe ich auch auf einer konferenz an der der außenminister gesprochen hat dass es wirklich eine priorität ist der chinesischen regierung dass man den jahren als handelswährung etablieren will also noch stärker etablieren welt das bedeutet wenn china rohstoffe kauft und dafür eigene produkte international verkauft dann könnte der yuan tatsächlich also die chinesische währung jahren könnte dann tatsächlich stärker verbreitung finden und das passiert auch schon das sehen wir auch schon was ich nicht glaube ist dass der dollar dadurch wirklich angegriffen wird in seiner vormachtstellung als ankerwährung für weltfinanzsystems weil es mehr braucht um diese ankerwährung zu sein also es bedeutet für reserve in den notenbanken eingesetzt zu werden oder als finanzierungsinstrument im kreditmarkt zum beispiel da braucht es mehr als nur eine transaktionswährung zu sein und der yuan hat eine eigenschaft die er nicht erfüllt und das ist diese freie konvertibilität das bedeutet der wechselkurs wird extrem eng gemanagt von der chinesischen zentralbank das heißt im umkehrschluss es fehlt die liquidität es fehlt auch diese freie verfügbarkeit die für den dollar gegeben ist und das will china auch gar nicht also china will gar nicht diese konvertibilität haben weil es das chinesische finanzsystem wie wir am anfang gesagt haben eigentlich von ausländischen einflüssen abschotten will und das wird auch nicht aufgegeben werden und deswegen bin ich skeptisch dass der johann wirklich sich als ankerwährung etablieren kann also ist der greenback nicht wirklich arg bedroht von dieser seite her vielleicht noch ganz kurz alex die chinesische währung wird einmal jürgen genannt und am renminbi wann benutzt man denn welchen ausdruck also renminbi würde ich so als offiziellen namen sehen das bedeutet dass es diese volkswährung und johann ist eigentlich die einheit die wir im alltag verwenden okay alles klar dann hätten wir das auch abgeklärt und ich bedanke mich ganz herzlich alex für das interessante gespräch ich bedanke mich bei ihnen fürs zuschauen bitte lassen sie uns auch wissen ob es ihnen gefallen hat selbstverständlich auch was ihnen nicht gefallen hat und falls sie themenwünsche hätten die wir in künftigen börsen cocktails aufnehmen könnten dann zögern sie bitte nicht und lassen sie uns das wissen bis auf ein nächstes mal beim börsen cocktail ade